Hallo Leute, ich habe den Weg zurück zum Schiff gefunden. Man war eigentlich eh ganz einfach, aber wieso ich konnte, ja egal. Bin ich hier wieder bei den Rebellen und hier geht es hier mal weiter und die fahren jetzt einfach zum Schiff zurück. Hier ist mal dieser Strumpfschlag. Das Imperium kann sich nicht mal ein Elektriker leisten. Was soll das? Ich bin echt enttäuscht. Das ist die größte Macht im Universum. Waldgraben. Die Tür geht ja auf. Gut, jetzt gehen wir zu Cepho zurück und schauen, dass wir die Grabstrecke haben. Ja, das Imperium halt. Jetzt müssen wir nach Cepho zurückkehren. Hier müssen wir zurück und die... Ja. Zurück nach Cepho, hm? Jo. Nein. Schade. Einer von Sorskämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Was? Was? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Huxi und Brut Sie doch noch erwischen. Diese Typen? Ha! Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass Ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja, stimmt ja. Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen. Verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem sein. Ich finde die lustig. Nein. Ah, ich habe schon gewachsen. Aber die ganzen Pflanzen zu finden wäre auch interessant. Aber setzen wir uns mal hin. mit Pidiii. Zepho. Ah. Zepho war ja genau. Stimmt. Wir haben ja hier schon ein... Ein Grab gefunden. Ich bin verwirrt. Was sollte ein Grab sein? Zepho ist richtig. Es geht nur runter. Es geht auch nur runter und es geht hoch. Wenn ich aber erst nicht... dort wo ich hin möchte. Ich gehe einfach nochmal. Da habe ich halt. Okay, das ist eh oben. Es geht hin. Es ist verwirrend. Wenn wir jetzt nicht mehr machen. Auf jeden Fall gehen wir mal hier rein. Ich geh den normalen Weg wieder. Nö, ich mag nicht gerade. Weg mit dem Roboter. Ausrasten. Ich weiß nicht, wo er hergekommen ist. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ich habe ihn gefunden. Schieß. Schau mal kurz. 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 Oh, ich lebe wieder schwer. Schau mal kurz. Schau mal kurz. Schau mal kurz. Schau mal kurz. hier. Fühlt mich gerade auf. Hm. Geht rein, tu. Bleib zurück, ich schaff das. Greifen die Stellung des Feindes an. Er wird ständig meine Angriffe ab. Er ist getroffen. Willst du das hier übernehmen? Er ist verwundet. Der Jedi ist geschwächt. Er hat Angst vor einem echten Kampf. Ich will ihn. Ich werde auch alleine mit ihm fertig. Mach nicht. Jetzt hast du es mit mir zu tun, Jedi. Stimmt. Die Dinger. Ich will keine Aufmachen. Das ist gemein. Das ist voll gemein, aber ich will keine Aufmachen. Wurde eigentlich. Hier. Egal. Ich will nur wissen, dass hier. Dass ich hier. Ja, Jedi. Ich habe dich. Oh. Zum Glück bist du kein Problem für mich. Ja, perfekt. Da sind wir richtig. Da sind wir richtig, Leute. Ich bin schon gespannt, was für ein Grab. Ich bin schon gespannt, was für ein Grab. Sicher. Hier. Das, was ich nicht aufbekommen habe. Ganz einfach. Ja, ich bin tot. Ich habe nicht nur Schmerzen. Ah, Beförderung für alle. Ja, für mich auch. Ja, ich bin zum Toten befördert worden. Ha, ha, ha. Ja, Gott. Wieso spiele ich jetzt eigentlich noch auf diesen Schwierigkeitsgrad. Weil ich jetzt schon angefangen habe. Nö, nö, nö. Welche Richtung. Uuuups. Ich brauche nur einen guten Treffer. Beeilung. Beendet die Sache. Eindringling. Versuche ihn zu verfolgen. Wo ist er hin? Er bringt uns hoch. Ich habe Schaden verursacht. Er ist tot. Du auch. Kämpft. Na los, ihr Feiglinge. Eindringling. Der Jedi. Bitte danke. Ich würde gerne mir die Truhe hier handeln. Eindringling. Was ist das? Der Jedi ist einfach zu schnell. Eindringling. 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 Er... Hilfe? Ich habe ihn getroffen. Eindringling. 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 Wo? Ich sehe keinen. bin ein teppich hätte mich aber nur hier hinsetzen müssen mal nach rasten dann hätte ich die probleme nicht gehabt aber jetzt habe ich das erledigt also raus hier und schnell zu unser grab stelle der des begehrt der begierde begierde so hierher bitte Tut das auch weh, Klon-Krieger. Okay, jetzt weiß ich schon, wo das Grab ist. Okay, jetzt weiß ich schon, wo das Grab ist. Was machst du? Ich vergesse immer diese Fähigkeit. Ich bin dabei, immer drauf weiterfeuern. Treffer, Feuer frei, jetzt wird wohl nur noch ich übrig. Ja genau, da muss ich rein. Hätte ich auch gesagt, merk mal, untersuche die riesige Zeffo-Statue. Du hast recht, ich könnte deinen damit ersetzen. Hey. Cool, was haben wir für ein Upgrade? Ist das das letzte für Pt? Besser. Besser. Du tot. Ja, das ist jetzt richtig. Jedi. Schuss. Tot. Oh Gott. Diese Klonen. Kriege. Die lernen einfach nicht daraus. Ich versuchze euch. Ich versuchze euch zu. Du hättest mich nicht angreifen sollen. Komm zurück, BD. Ich stirb hier nicht. Ja, ja. Oh, was kriegen wir jetzt hier? Schönes. Was ist es, BD? Wenigstens was. Wenigstens kommen wir hier durch diese Tür. Ah, BD kann viel. Das war ein Fehler. Okay. 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 Das war definitiv too früh. Hierüber ist besser. Ketzer. Effekt. Sollte. 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 Möp Möp Unweit das abkriegt Irgendeine Terrasse Hal 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 Gehen wir, BD. Gut, bitte. Deine nicht. Also, ja. Ich sehe dich. Ich werde dich ausschalten. Ich beobachte dich. Du kannst ruhig blocken. Ich brauche noch ein paar Treffer. Das stimmt allerdings anscheinend. Mich nervt das, dass mir nichts von den einzelnen, ähm, ich bin Dark Souls erwähnt. Brutal und Sekiro und was auch immer. Ja, Feind. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. hm Hm. Hm, Leute, irgendwie, ach Gott, ich will ja nur hier in die Chef, nicht mehr da möchte ich hin, ich hasse diese Holo-Karte, ich hasse sie einfach nur. Müssen wir nur hier runter und diese Tür hier öffnen, öffnen, jetzt einfach hier zurück und fertig ist, fertig ist, ich geh hier im Fenst zurück, ich hab die bessere, danke, Peti, aber ich hab die bessere Taschenlampe. Wie konnte sich jemand reinschleichen? Das ist einfach. Perfekt. Können wir uns hier hoch arbeiten? Gegen euch? Was bin ich? Ich will hier nicht sterben. Komm, es stirbt. Ah, richtig gern gemacht. Passt, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Moment, aber irgendwie. Auf der anderen Seite gab es ja auch sicher noch was. War das nicht eine Abkürzung zum Schiff oder sowas? Da war ja was, glaube ich. Komm. Na ein Prozent. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Das wäre der normale Weg gewesen. Hm. Wenigstens bis diesem Lift möchte ich heute noch kommen. Äh, ne echt jetzt? Das. Hey, eine Truhe. Ja, irgendein Aussehen. Neues Lichtschildmaterial erhalten. Kupfer. Neues Lichtschildmaterial erhalten. Kupfer. Geil. Ich liebe Kupfer. Rasten. Wer rastet, der rastet. Nun mal weiß er. Ja. Ja, bist du. Jetzt bist du wieder nicht allein. Bist du bei deinen... Deinen... Hey. Meinst du wir können das Ding hacken? Ja, können wir. Wahrscheinlich ist jetzt irgendwas besonderes auf drin. Ah, eine Truhe. Was hast du da? Neues Lichtschildmaterial. Yeah, ich komme hier nicht runter. Ah, ich meine hier. Hier komme ich nicht rauf. Sorry, wollte ich nicht. Das ist halt ein... Ah, gut. Sie sind riesenarm. Ja. Ist jetzt meine Feinde. Also. Von dem hier. Ja. Ja. Ja, ja. Ich liebe das Game einfach so. Ah, im Flug. Zurück. Zurück in die Halle. Jetzt kommen wir wieder in den Hangar. Meditieren. Bitte. Hasten wir nur mal grundsätzlich. Ist ja egal. Jetzt möchte ich ja... Den mache ich noch tot. Er hat mich. Nein. Er hat mich. Nein. noch. Frech spielt auch. Uh. Deine auch. Er hat mich noch. Verdammt. Komm, Pizzi. Wir brauchen einen neuen Druiden. Komm. Druide. Noch geiler wäre es, wenn er mitgehen würde. Warte, ich sehe gleich vorbei. Möchte ich hier hoch. So, das war ja der erste Weg hier, oder? Ja. Sind doch keine Sturmtruppen. Die suchen jetzt bestimmt nach dem Grab. Gut. Aber die Höhlen werden voll von ihnen sein. Ich werde versuchen, ihre Bewegung zu überwachen. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber... Ich weiß. Aber wir werden sie erst herausfinden, was hier nicht stimmt. Beim nächsten Mal. Und ich sage jetzt immer Danke fürs Einschalten. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.